So, ich bin gerade auf dem Weg zum Strand, also zum richtigen Strand, nicht das hier, weil hier ist kein Wasser und es ist nämlich wirklich richtig richtig heiß gerade. Es ist ja auch Sommer, so soll das ja auch sein, aber es hat schon sehr lange nicht mehr geregnet und deshalb ist hier die Wiese schon total braun. Ja, es hat einfach Ewigkeit nicht mehr geregnet und man muss auch Wasser sparen und schonen hier in Terruhr, weil es einfach schon Ewigkeit nicht mehr geregnet hat. Und ich kühle mich jetzt gleich ab im Wasser. Und falls sich der Aufmerkter mit Zuschauer fragt, wo denn der Lennart ist, weil er in meinem letzten Video auch schon nicht war, der Lennart hat einen Männerschnupfen und liegt jammernd zu Hause und jammert. Und ja, deshalb geht er halt nicht ganz stark, weil er einen Männerschnupfen hat. Männerschnupfen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020